Licht an! Vorhang auf! Applaus! Wir geben Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Hintergründen ihre Bühne. Professionell, wertschätzend und lebensnah. Die große Theaterproduktion 2022. Über 13.000 Kinder in meinem Bezirk in Berlin-Lichtenberg leben in Armut. Doch wer sieht mehr als nur das Problem? Meine Familie und ich haben nicht viel Geld. Aber ist das alles? Wer sieht meine Talente, meine Stärken, mich? Wer lässt mich entdecken, lässt mich frei ausdrücken, malen, tanzen, spielen, rumalbern und hart arbeiten und Mut bekommen? Ich will über mich hinauswachsen, mich beweisen. Aber für jemanden wie mich ist das nur ein Traum. Das ist die Blue Box Berlin. Sie nennt sich die Selbstwertmanufaktur. Die Blue Box steht mitten in meinem Kiez. Die mag ich. Weil meine Freunde hier sind. Und hier darf ich, ich sein. Hi, ich bin Laura und ich fahre das erste Mal mit acht auf der Bühne und seitdem schon bei sechs weiteren Produktionen. Und ich habe jedes Mal irgendwie für mich gelernt, dass ich viel mehr kann, als ich eigentlich dachte. Und es war immer so ein ganz tolles Ereignis für mich. Und deshalb hoffe ich, dass wir 2022 eine weitere Produktion machen können. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Mein Name ist Tim, ich bin Schauspieler und Erzieher und in der Blue Box arbeite ich als Live-Coach. Wir begleiten die Kinder zum einen künstlerisch, zum Beispiel im Tonstudio, wo wir die Sprachkompetenz fördern, durch Schauspiel, Bewegung, Tanz, aber auch in den persönlichen Herausforderungen ihres Lebens. Bei uns finden Kinder und Jugendliche einen Ort, an dem sie sich ausprobieren können und über sich hinaus wachsen. Ich bin Olla. Ich bin seit Tag 1 Teilnehmerin in der Blue Box Berlin, was mittlerweile zehn Jahre her ist. Wir bieten den Kindern und Jugendlichen nach der Schule täglich kostenlose Workshops an, die von professionellen KünstlerInnen und PädagogInnen durchgeführt werden. Und wir machen die Kids und Jugendlichen für die große Bühne fit. Hi, ich bin Maja. Ich bin neun Jahre alt und in der Blue Box lerne ich, an mich selbst zu glauben. Hi, ich bin Selina. Ich bin neun Jahre alt und ich gehe in der Blue Box in drei verschiedene Workshops für die große Bühnenproduktion und ich freue mich schon sehr darauf. Ich bin Levi. In der Blue Box kann ich toben oder einfach still sein. Alles ist okay. Ich bin okay. Okay. Cool. Ich bin Curtis und ich hatte bis jetzt die Chance, bei einer Produktion dabei zu sein. Und das hat einfach so seinen ganz eigenen Flair und gibt einem auch nochmal was ganz anderes. Und wenn ich die Chance hätte, nochmal bei so einer Produktion dabei zu sein, dann würde ich diese Chance auf jeden Fall nochmal ergreifen. Hi, mein Name ist Maxim. Ich bin neunzehn Jahre alt und war zehn Jahre lang Teilnehmer der Blue Box Berlin. Ich habe bei vier Theaterstücken mitwirken dürfen und habe dabei gelernt, wie man mit Menschen kooperiert, zusammenarbeitet. Und für mich persönlich konnte ich mein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken. Wir haben was zu sagen. Wir haben was zu zeigen. Wir sehen uns auf der großen Bühne. Sei dabei. Werde Teil der Geschichte der nächsten Generation. Unterstütze unsere Bühnenproduktion mit deinem Geld und erzähl deinen Freunden von uns weiter. Denn gemeinsam können wir viel bewegen. Licht an. Vorhang auf. Applaus für die Kinder Berlin-Lichtenbergs. Musik 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 Musik